So, Disziplin 1. Steinheben. Patrick, ready to go, ready to fight. Is this the first stone now? The lightest? The lightest stone already? Oh man, looks already big to me. Mal schauen. Polska Genetics. Hardcore natural bodybuilding and more. We got it. It is good. It is whipper. This is about 4 inches. The height is still. I had to mark that before. Start going higher and higher, y'all. In competition, it is the same height as a better person. Homebro? Yeah. So, if you are short, too bad. Yeah, actually, ESPN. I don't know. How much? How much reps? Three. Three reps, three reps. Hey, what up? I'm always... I still have to... You're full. You're full. It's a few. I was... You don't know. No? Your notes. Change. Yeah, keep your hips up higher. Yeah, I'm going to pull it up. Yeah, there you go. You're going to go out. Yeah. Good. Walk up to it, walk up to it. Now, get your body and your hands over the stone in the front. Good. Pull it up to your face. No, 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 no. Have it over, no, no, no. But, no, 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 no. You need those. Yeah, have it up. A little bit faster. Hits. Nice work. Nice work. First exercise. Was it ever done? Have you ever done that? Yep. All right. Don't kill me. Stone kills you, man. Good. Yeah, you go back over it. Kick over the stone, over the stone. So, so, yeah, like that. Yeah. Yeah. Nice. Yep. Schön. Close, close. Yeah, that will. Ooh. One more. Whoa, man. That was pretty big. It's hard to exert a little less energy. You had better leverage if you came this way. You're trying to do it this way. It's a lot tougher doing it this way. Come around this way, you'll be better off. Yeah. Yeah. That's a better position. Cool. Who wants to go? Are you going here? Next round, do it. Yeah. Yeah. Hands over the top, hands over the top, over the top. Yeah, over the top. Ah. 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 If you were a little bit closer, you could throw a run like that. Yep. Instead of throwing it, hold on to it a little bit longer. So look, that's why having your hands here is good. You can hold it, hold it, hold it, hold it. But hey, that's good power. Just make sure you're close enough that when you throw it out there, you go up. Come on, bro. Easy. Easy. Nice. No, no, no. That's right. Good. 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 You got it? Good. 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 Die nächste Mal geht so schnell wie du die erste Mal gemacht hast, dann bist du näher. Alle gute Dinge sind drei. Das war großartig, aber du bist so näher. Fuck, ich hab's versucht. Schau mal. Oh, big boy. Ich muss die gleiche Sache machen. Feet zusammen, feet zusammen, feet zusammen, feet zusammen. Feet zusammen. Komm, 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 komm. Er braucht Tapping. Ich weiß. Denken wir hier. Kennen wir schon, ha? In Thailand hatten wir einen harten Fight. Dubai. Ja, das war geil, man. Ich gehe in eine höhere Stange. Ich stehe in die Karte. Ich komme hier. Ich stehe raus. Und dann schau. Sieht einfacher aus, als es ist. Ready? So, zweite Übung. Tire Flips. Wir kennen es von Dubai. Ich habe mich fast auseinandergenommen. Ich hoffe, ich kann die Technik jetzt ein bisschen besser. Das ist ein einfacherer. Das ist ein kleinerer. Der von Dubai war der da hinten. Der kommt auch noch dran. Der ist der Kleine. Und Chris ist unser Coach. Er wird genauer Technik erklären. Seid gespannt. Der ist das. Der ist das. Hits down, Hits down, Hits down, Hits down. Drop this, Drop this, Drop this. Yep, straighten this out. Straighten this out. Straighten this out. Like this. Good. So, look. You're up like this. And I need you to drop down. Like a deadlift. There you go. Easy. Now, knees. Yeah. He gets away with it, cause he's strong. Drop your butt. Drop your butt. There you go. Das ist nicht schlecht. Drop your butt. Drop your butt. Good. Nice. We'll try it on that one, too. Nice. Easy. I hope we have a little ground here. Yeah. Hey. I had the video. I had a tire like that. Yeah. I did it for about 10 minutes. At the end, I got it. Nice. Crazy, man. Yeah. 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 It's out. Oh, my. Did you get a job? It's now big boy time. It's late. I'm going to go back to you two points. Hey, I'll leave it to you two. At the end. I was about to go back to the Strongman Video. Okay. You could do it. You could do it. Auch jetzt schon, wie das hier wieder so ein bisschen wehtut, aber es geht noch. Und wie gesagt, jetzt hier der Big Boy und da haben die Leute schon ein bisschen mehr Mühe. Mal schauen, ob wir das auch noch packen. Sieht einfacher aus, als es ist. So, mich am Start. Beim Big Boy. Komm, zeig mir Schweizer Power. Easy. So, für die Spezialisten gäbe es dann noch der hier. Der hat noch Reifen drin. Das sind jetzt 1000 Punkte. Das ist schon ein Maß, das ich mir wieder nicht zumuten werde heute. Scheißt mich wirklich ein bisschen an. Aber wie gesagt, Sicherheit geht vor. Das konnte ich jetzt noch verantworten hier. Und jetzt muss Patrick sich dieser Herausforderung auch noch stellen. So Leute. Jetzt kommt der Big Boy dran. Der Kleine war easy. Jetzt gibt es eine Runde mehr. Ja, wie gesagt, mit dem Gummi. Immer noch easy, Bro. In Dubai hast du es auch geschafft. Ja, 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 ja. Bleib dran. Bleib dran. Bleib dran. Bleib dran. Easy. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber es ist nur... Du bist zurück. Ja, du bist zurück. Ja. Du bist zurück. 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 Gut ansetzen. Schön. Jetzt schaffst du es, Bro. Jawohl. Kurvamatsch. Ja, hier. Suisse Qualität. So, Patrick lässt sich jetzt die Technik zeigen. Weil ich bin... Ich weiss, dass er es auch schaffen kann. Ich weiss, dass er es schafft. Es ist nur die Technik bei ihm. Und meine Hände? Hier oder hier? Unge. Unge. Wie ein Haken. Brust rein drücken. Drive your chest in. Drive your chest in. Yeah. Yeah. Huch. Von unten gegen hoch. Wie ein Haken. Yeah. Yeah. Fast. Fast. So, look. You're shifting over it. Just a little bit. You're shifting over it. Just a little bit. You gotta stay back and get under it. You flip it up. Du musst wirklich die Rücken ganz gerade machen. So, take a rest. So, jetzt. Jetzt gab es noch mal ein Briefing von mir. Näher. Näher. Und jetzt ohne Arme. Arme bleiben straight. You got it. Come on. Ich kutsche unten ab. Ja, du musst weiter unten greifen. Ja. Weiter unten. Brust raus. Gerade Rückgang jetzt. Ja. Ja. Nicht schlecht. Besser als vorher. Close. Close. Nächste Übung. Lock Press. Knie gemacht. Ich muss ein bisschen aufpassen auf meiner Schulter. Versuch's mal. Wir sind beide hier im Trank Camp. Und haben Probleme mit unseren verdammten Gelenken. Aber wie gesagt, das ist noch easy weight. Das packen wir jetzt alle noch. Und das ist eigentlich zu vergleichen mit Military Press. Einfach mit neutralem Griff und Umsetzen. Also es ist nicht gerade einfach. Aber es ist eine ziemliche Keile und so. Und Patrick fängt jetzt direkt an. Come on, man. Easy. Ja. Nice. Not a problem at all. Nice job, man. So, jetzt wird die Sache schon richtig ernst hier. 180 Pfund. Bis jetzt. Hat's schon jemand geschafft? Ich weiß gar nicht. Nope. Er war knapp dran. Er war knapp dran. Er war knapp dran. Er versucht jetzt nochmal. Ja. Und es ist schon ordentlich Gewicht. Also, zwar nicht so straight military, aber man muss natürlich schon. Ja. 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 Leute, schwieriges Gewicht. Nächste Stufe. Konzentrieren jetzt nochmal. Ja. 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 Ah, ja. Ja. Nooo. Nice work, man. Awesome. Misch ecoerlos dran. So, so. Er muss es schaffen, sonst enttäuscht er mich. BAM! So, das sind jetzt 210 Pfund, nee, mehr. 230 Pfund. Und mit einem Schwung, jetzt hoffen wir. Und weiter geht's mit Prowler Work. Das ist eine der meist unterschätzten Übungen, habe ich jetzt gerade Patrick erzählt. Es ist wirklich so, man schaut zu, man macht sie und man denkt so easy, easy, easy. Und dann am nächsten Tag merkt man erst, was alles passiert. Es ist intramuskulär, also auch vom ganzen Zentralnervensystem her eine Riesenbelastung. Also, wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Und auch hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen, auch wegen meinem Finger, der immer noch abfuckt. Der leider immer noch nicht besser geworden ist. Wobei ich mittlerweile damit leben kann, mit der Sache. Aber auch das werde ich mir sicher nach den Ferien endgültig vom Hals schaffen und es operieren lassen. Wie gesagt, mein Körper hat mir in den letzten paar Tagen eindeutige Zeichen gegeben, dass ich es wieder mal sehr krass übertrieben habe. Beziehungsweise einfach nicht sehr schnell gesteigert habe. Das hat mir jetzt auch der Patrick bestätigt. Das ist meine Progression, die ich halt erziele. Dadurch, dass ich so einen krassen Willen habe und auch so auf das schaue. Manchmal schon fast zu schnell geht bei mir. Immer noch. Obwohl ich eigentlich mit der Technik und allem safe bin. Und ja, solche Erkenntnisse merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber darum mache ich den Sport ja auch. Aus für ihn zu lernen. So, jetzt sind wir gespannt. Beziehungsweise, 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 be Durchziehen, jetzt hier zusammendrehen, zusammendrehen, sonst verlierst du den Schwung, ja, schön, sehr schön. Easy, 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 siehst du, zusammendrehen. Komm. Zu einfach. So, so schwer habe ich es noch nie gemacht, ich bin sehr gespannt, ob ich das noch packe. Nein, vom Griff her soll das gehen. Das heisst, packen du musst. Komm an, Bro. Hebel. Hebel verhält das Optimium hier. So. Konzentration. Yeah, let's go big boy. Schön, Bro. Zieh ihn durch. Schön, Bro, durchziehen. Hand zusammen, zusammen. Schön. Easy, jetzt zieh ihn durch. Du rät sie durch, du rät sie durch, du rät sie, bro, du rät sie. Squeeze, squeeze, squeeze. Yeah. Yes!